Alle anderen, die jetzt mit irgendwelchen wilden Verschwörungstheorien kommen und sowas, Typen wie dieser Leon Lovelock, also ganz ehrlich. Der Cousin hier, der Cousin, der Cousin war der erste, der aus der Szene, in der ich stattgefunden habe, sich gemeldet hat. ... jeden Morgen und jede Nacht durchackern und uns die Möglichkeit geben, diese Krise ein wenig unbeschadet dadurch zu stehen. Und alle anderen, die jetzt mit irgendwelchen wilden Verschwörungstheorien kommen und sowas, Typen wie dieser Leon Lovelock, also ganz ehrlich, fällt mir schon fast gar nichts mehr dazu ein. Lasst es bitte sein, lasst es sein. Auch wenn ihr diese komische und unverantwortungsvolle Meinung habt, die darf euch und will euch auch keiner nehmen, wir leben in einem freien Land. Mich würde interessieren, was der heute dazu sagt, weißt du, wie ich meine? So im Nachhinein betrachtet, wenn ich das so sagen darf. Mercedes, ich küsse deine Zirbeldrüse, danke für deinen Support, Liebe geht raus, muchas gracias. Aber behaltet sie erstmal für euch, behaltet sie für euch, wenn das alles hoffentlich vorbei ist, dann könnt ihr natürlich auch gerne wieder darüber mutmaßen, was das alles war und bla bla bla. Und diesen ganzen Bullshit, den ihr dann so zusammenlabert, dann macht das aber bitte erst dann, wenn die Gefahr vorüber ist. Weil jetzt gerade macht ihr einfach nur noch Panik, Hysterie, ihr schürt Angst und ja. Wer macht Panik, wer macht Hysterie, wer schürt Angst, frage ich mich in dem Sinne dann so. Weißt du, wie ich meine? Du musst aber deine Worte auf eine gewisse Art und Weise reflektieren, meiner Meinung nach so. Du musst ja gucken so, okay, von welcher Seite wird denn die Panik geschürt und Angst gemacht? Ja, das sind die Medien, die das tun. Das sind gerade diese Zahlen zeigen jeden Tag und rot und Karten einblenden und so und so viele Leute sind gestorben und in Italien und in China fallen die einfach um. Das ist Panikmacherei. Das ist jetzt momentan noch nicht der richtige Zeitpunkt, okay? Behaltet eure Meinung, kein Problem. Nur jetzt bitte. Das ist so, die Leute haben teilweise, weil er war ja auch krass in der Kritik zu dem Zeitpunkt, ne? Weil er quasi seinen ganzen Werdegang gelogen hat, so. Und jemanden präsentiert hat, der er eigentlich nicht ist, so. Und dann hat er natürlich, diese Leute wittern dann, die merken dann, okay, jetzt gibt's ein Thema gerade, wo ich auf der sicheren Seite einfach Storys machen kann, wo mich das ganze Volk für feiern wird, so. Dann nehme ich einfach, gehe ich online, mache ich ein paar Storys, sage, ey, bleibt alle zu Hause und so, geil, dies, das. Und diese Schwurble, haltet mal eure Schnauze, ihr schürt nur Panik und so. Und dann denken die, geil, jetzt kriege ich wieder ein bisschen Zuspruch und so, so kann ich mich ein bisschen wieder aus der Misere rausholen, weißt du? So ein Gefühl hatte ich auf jeden Fall. Und an alle anderen, die jetzt gerade Hamstereinkäufe tätigen, ich habe eine Sache nicht verstanden. Warum Klopapier? Warum Klopapier? Also, okay, das habe ich auch nicht verstanden. Aber in Frankreich haben die Wein und Kondome gehamstert. Das habe ich schon mehr gefühlt. Also, da habe ich mich den Franzosen auf jeden Fall näher gefühlt. Vernünftige Körperhygiene sollte eigentlich schon voraussetzen, dass man sich zumindest vielleicht auch mal den Arsch mit Wasser sauber macht oder vielleicht auch den Intimbereich oder was auch immer. Der hat diesen Nike-Pulli mit Regenbogenflagge an, ne? Wenn es morgen kein Klopapier mehr geben würde, auf dieser ganzen Erde nicht mehr, ja? Mann, dann steigt man entweder in die Dusche oder ans Waschbecken. Noch haben wir ja fließend Wasser. Danke auch nochmal an die... Ich küssere, danke nochmal an die Leute. Hier sind die ganzen Berichte, Alter. Watson. YouTuber Leon Lovelock verbreitet Coronavirus-Verschwörungen. Bushido meldet sich. Weltweit haben sich inzwischen über 185.000 Menschen nach... äh, nachweislich mit neuartiger Coronavirus infiziert. Falsche WhatsApp-Nachrichten über einen angeblichen landesweiten Notstand in Runde, sondern bla bla bla. Dazu zählt auch der YouTuber Leon Lovelock. 381.000 Abonnenten, der bereits in der Vergangenheit Schlagzeilen rund um Verschwörungstheorien machte. Nun hat er auf seinem Kanal ein Video mit dem Titel die Corona-Verschwörung, wie sie uns langsam lahmlegen, veröffentlicht. Die krude Corona-Verschwörungstheorie. Leon Lovelock mit wirren Aussagen. Sein Beitrag beginnt er mit folgenden Worten. Mir liegen ein paar Sachen auf dem Herzen. Ich bin nicht der Typ, der oft Videos macht über aktuelle Themen. Das war gerade passiert. Das, was gerade passiert, wird mir einfach zu viel. In der Vergangenheit habe er sich bereits mit Verschwörungstheorien auseinandergesetzt. Der 26-jährige Mannheimer sei zudem ein großer Skeptiker von Mainstream-Medien und Regierung. Aus diesem Grund müsse er auf seinem Channel seine Gedanken zur Corona-Pandemie loswerden. Seiner Meinung nach gäbe es zu wenig Leute, die reflektiert hinterfragen würden, was gerade weltweit passiert. Bam! So und nicht anders, Digga. Das bleibt für immer online, meine lieben Freunde. Bin ich stolz drauf. Nach Leon Lovelock gehe es nur um Angstmacherei und Kontrolle. Genauso. Die Freiheit werde eingeschränkt und dafür sei er bereit zu sterben. Digga, den muss ich mir ausdrucken, Alter, und mir zu Hause hinhängen, dass mein Sohn sich das durchlesen kann. In seiner weiteren wirren Ausführung spricht er sogar von einer Revolution und verbreitet verheerende Falschaussagen. Es kann doch nicht sein, dass wir uns zu Hause einsperren wegen eines Virus, das nicht tödlich ist. Das sind Kriegszustände. Der YouTuber meint, dass mit dem Coronavirus eine Agenda verfolgt werde und ein Plan dahinter stecke. Die Regierung würde versuchen, die Menschen zu kontrollieren. Wir sollten keine Angst vor dem Virus haben. Wir sollten Angst davor haben, was die Regierung mit uns macht. Digga, das liest sich so gut nach Jahren danach. Wenn auch mal ein paar Leute aufgewacht sind, wenn ich das so sagen darf. Der YouTuber meint, dass die Coronavirus keine Agenda mit uns macht. Solche fahrlässigen Behauptungen teilt er mit seinen fast 400.000 Abonnenten. Zudem will er sich an keine Maßnahmen halten und könnte dadurch Menschen unwissend mit dem Coronavirus infizieren. Guck mal, wie die das framen, Digga. So. Der will sich nicht an die Maßnahmen halten und könnte dafür sorgen, dass Menschen sterben. Ist euch bewusst, dass ihr mit dafür gesorgt habt, dass Menschen sterben? So, was langsam mittlerweile rauskommt, dass das RKI sogar dafür gesorgt hat, dass Menschen sterben, Bro? Wenn die mir sagen, dass ich zu Hause bleiben muss, werde ich rausgehen. Und ich will, dass ihr euch nicht kontrollieren lasst. Facts. Facts. Bruder, es gibt nicht ein Wort, wo ich nicht mehr hinterstehe. Bis jetzt in diesem Bericht. Seine falsche Behauptung. Es sterben Menschen an Altersschwäche, weil sie sich vielleicht noch eine Erkältung eingefangen haben und die sagen, es sei Corona. Facts. All das sagt der YouTuber, obwohl die Behörden immer wieder betonten, die Behörden. Hast du jetzt mittlerweile, habt ihr Watson, habt ihr auch mitbekommen, was mittlerweile rausgekommen ist? Ist das bei euch auf dem Schirm? So. Was die Behörden immer wieder betonten. Warum es so wichtig ist, eine Ausbreitung des Virus einzudämmen. Was nichts gebracht hat, Digga. Die Masken nicht und die Maßnahmen auch nicht. Wer dem keinen Glauben schenken will, kann nach Italien blicken. Digga, Alter. Bruder, wo Ärzte entscheiden müssen, welche Patienten sie retten und welche nicht. So überlastet waren die Intensivstationen dort. Ah jo. Lovelock kann aber auch einfach auf ein paar prominente Leute hören. Das hat Bushido Leon Lovelock zu sagen. Auf Instagram nahm auch Rapper Bushido direkt Stellung zu Leons Video. Dort sagte der 41-Jährige, ich hoffe, dass deine Eltern und Großeltern dieses Virus gut und unbeschadet überstehen. Da hoffentlich so viele Menschen wie möglich Rücksicht aufeinander nehmen werden. Schäm dich für deine irrwitzigen, arroganten und weltfremden Äußerungen. Deine Interviews sind schon der letzte Schrott, aber dein beschränktes letztes Video ist die Kirsche auf der Torte. Bruder, jetzt wärst du froh gewesen, wenn du bei Comments Café damals dabei gewesen wärst. Und Rapper PA Sports stellte in einem Instagram-Live-Video im direkten Gespräch mit Leon Lovelock klar. Die Regierung muss natürlich darauf aufmerksam machen, wir haben in Deutschland 20.000 bis 30.000 Krankenbetten. Wir haben eine gewisse Kapazität an Krankenhäusern, die wir versorgen können. Die Ansteckungsgefahr ist extrem krass. Ging es nur noch ums Coronavirus? Der hat doch da nicht über mich geredet, Bro. Was sagt die? Was sagen die, Digga? Und PA Sports stellte in einem Instagram-Live-Video im direkten Gespräch mit Leon Lovelock klar. Habe ich live mit dem gemacht, Digga? Okay, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit PA... Also PA war auf jeden Fall am Start. Das muss ich PA zugute halten. Privat haben wir sehr viel miteinander geredet, nachdem ich mein Video hochgeladen habe. Er hat sich auch ein bisschen gekümmert. Er hat sich Sorgen gemacht, weißt du? So, das werde ich ihm auch nicht vergessen. Und weiter, daran sterben alte, kranke Leute. Das ist die gefährdete Personengruppe. Wir haben ein riesiges Problem, wenn sich so viele Menschen damit infizieren, weil dann die Krankenhäuser überfordert sind. Doch das wollte der YouTube-Star immer noch nicht... Und das wollte der YouTube-Star immer noch nicht wahrhaben und behauptete, das kann aber nicht von dem Coronavirus kommen. Facts. Facts. Das mit diesen Intensivbetten, das ist auch eine Sache, die sowieso ein Problem ist bei uns im Land. Wir haben viel zu wenig Intensivbetten, dass wenn mal irgendwelche Notstände kommen, auch in Winterzeiten, in Grippewellen schon, zu wenig Kapazitäten am Start sind. Das hatte nichts mit dem Coronavirus zu tun. Weil wenn du die Zahlen im Nachhinein verfolgst, dann siehst du, dass in diesem Jahr nicht mehr Menschen gestorben sind, als in den Jahren zuvor. Das alleine sollte den Menschen zeigen, ey, da war nichts Krasses. Da war keine wirkliche Pandemie. Es waren nur Zahlen und Tests, die gemacht wurden. Und alle Leute, die mit Corona gestorben sind, wurden als an Corona gestorben deklariert. Sodass die Menschen dachten, du hast voll viel mehr Menschen gestorben als sonst. Wenn du einen Motorradunfall hattest und einen positiven PCR-Test, warst du Corona-Toter. Auch Moderatorin und Musikerin vis-à-vis warnte ihre Follower vor derartigen Verschwörungstheorien und teilte auf Instagram folgenden Beitrag. Es gibt bis heute sehr viele Menschen, die diese und andere Geschichten glauben und verbreiten. Auch im Deutschrap. Hat die meinen Link gepostet, oder was? Die 32-Jährige stellte klar, aber gerade in einer Situation wie der jetzigen, in der es noch so viele offene Fragen gibt, ist es mehr als fahrlässig, die angebliche Wahrheit zu verbreiten. Ich küsse doch dein Herz. Vis-à-vis It Outman hat, ha? So. Zuerst du, Stern, Stern haben die... Bruder, die Scheiße war überall, Bro. Die Scheiße war überall, Bro. Das war halt echt auch... Wenn ich jetzt gerade das so sehe, das war auch nicht einfach, weißt du, in dem Moment. Wenn du siehst, auf einmal der ganze deutsche Mainstream fängt... Nicht nur der Mainstream, auch Rap-Szene. Alle Leute, mit denen du selber cool warst und zu tun hattest, so außer einer Handvoll, fangen auf einmal an, dich hart auseinanderzunehmen. Ich weiß noch, Backspin hat gesagt, ich sorge dafür, dass Menschen sterben und so. Es war keine einfache Situation. Die hat mich wirklich auch noch ein Jahr mindestens danach noch verfolgt. Und mich schon hart getroffen als Mensch einfach, weißt du. Weil ich war vorher nie jemand, der jetzt so krass gehatet wurde oder so einen heftigen Shitstorm bekommen hat. Und ich war auch schon immer so ein harmoniebedürftiger Typ. Und wenn dann Leute kommen und dann... Ich hab ja auch voll viele so... Es gab Leute, die haben Videos gemacht, haben gesagt, wenn ich den sehe, dann bringe ich den um. Und auch seine Mutter und Familie, dann haben die meiner Mom geschrieben und so. War halt echt schon eine krasse Zeit, Alter. YouTuber verbreitet Coronavirus-Verschwörungstheorien und wird von Bushido zurechtgewiesen. Von Bushido zurechtgewiesen, Digga. Ja, da hat er das bekommen, was er wollte. Da hat er das bekommen, was er wollte. That's so... ... ... ...